Hallo liebe Soul Family, wie schön, dass du zu mir gefunden hast. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Lia, ich bin Verbal Channel Medium und ich habe eine Ko-Kreation für euch hier parat. Das Hoponopono-Ritual kombiniert mit einer kleinen Light Court Quantum Transmission von meinem Team. Das Hoponopono-Ritual ist dafür da, um alte Lasten und alte Streitereien, Verstrickungen, auch karmische Verbindungen, die wir mit anderen Menschen und anderen haben, also nicht nur Menschen, sondern auch vielleicht mit extraterrestrischen haben oder Zivilisationen haben, zu heilen und loszulassen. Und ich bitte euch zuallererst einmal in euer Herz zu gehen, rechte Hand aufs Herz zu legen, linke Hand darüber, die Augen zu schließen, durch die Nase einatmen, durch den Mund wieder aus. Atmet ein, durch die Nase in euer Herz. Und langsam ausatmen. Achtet darauf, dass eure Ausatmung ein bisschen länger ist als die Einatmung. Und mit jedem Atemzug, den ihr macht, bewegt euer Bewusstsein ein Stückchen weiter in euer Herz. Atmet ein in euer Herz. Kommt eurem Herzen ein Stückchen näher. Und atmet aus. Und atmet ein und kommt noch ein Stückchen näher in euer Herz, bis euer Bewusstsein nach und nach vollständig in eurem Herzen angekommen ist. Füllt euer Herz. Wie fühlt sich euer Herz an? Fällt es euch schwer, in euer Herz zu gehen? Habt ihr Mauern aufgebaut? Das ist okay. Dann versucht ein Stückchen, ein kleines Stückchen, durch die Mauer hindurch zu gehen. Ihr könnt das. Es sind eure Mauern, eure Grenzen. Und ihr seid es, die diese Mauern und Grenzen durchdringen können. Mit eurer Entscheidung, dass es jetzt an der Zeit ist, den wichtigsten Schritt eures Lebens zu tun. Den wichtigsten Schritt zu tun, ins Herz zu gehen. Und aus dem Herzen heraus zu denken, zu fühlen, wahrzunehmen, zu lieben und zu vergeben. Und atmet weiter in euer Herz. Atmet euch, euer Selbst, in euer Herz hinein. Und vor euch seht ihr ein Lichtportal, wie eine Türe, die sich öffnet für euch. Mit jedem Atemzug kommt ihr diesem Portal näher. Jeden Moment, einen Schritt näher, atmet ein. Bis ihr vor dem Portal steht. Und mit eurer Berührung, mit euren Händen, mit euren Füßen, werdet ihr in dieses Portal hineingezogen. Tief hinein erlaubt den Prozess. Lasst los. Dieses Portal bringt euch in euer absolutes Herzzentrum. Lasst los. Erlaubt den Prozess. Erlaubt den Prozess. Erlaubt den Prozess. In eurem absoluten Herzzentrum befindet ihr euch oft in einem Raum voller Leere wieder oder im leeren Raum des Kosmos. Ihr seid richtig, ihr fühlt richtig. Hier gibt es kein Oben, kein Unten, kein Links, kein Rechts, kein Richtig, kein Falsch und keine Dualität. Was ihr fühlt, diese Ruhe, wie ein See, völlig still, keine Welle, das ist eure Herzenergie, völliger Frieden, völliger Einheit. Atmet in diese Leere hinein, dehnt euch aus in dieser Leere, erlaubt den Prozess. Erlaubt den Prozess las los, umahatai, ukuinastorui, muhitas nahataiist, unikihudurizna, ukoru oinasta, mekeita, 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 mekeita uinasta, ukuimatakusnay, ukuinahukuratna, ukuita, nahataiistahukumaita, uinasakuita, nahukuisnahataratna, ukine sukuina, Но mitis ni eai, ukuina, ukuina, ukoruotnasne jes schk suspense naita, umuukuinha, ukuinahakuinas. der hat er mal kuih na wushu gut anna aida also kuih na hata ume itana itana hyena so kuih da utahina sakai unakui na so kunata nikitena na ina so kuih na haku uta nisakina hota ratna hat mit weiter in diese lehre und in die energien die wir euch übermittelt haben spürt die ausdehnung und die lösung und die heilung die daraus kommt hat er nicht da hat er immer hat er in das oder hat er hat eine hat den haute einer hat dabei gut oder in er hätte auch einheit mehrheit hat oder aus diesem standpunkt heraus aus dieser energie und dem gefühl in kontakt auf mit der seele mit der seele der person hat er euch die tiefste heilung wünscht und da hat er mich hätte auch kuih na haste hana ui neta yahoo kuih na hat er hat eine hau kuih na hata seht die seele dieser person vor euch seht sie seht ihre wahre natur ihre wahre gestalt okohinama nächster keiner und ich hatte mag für sie hier gegner tier gegner tier Von Herz zu Herz, von Seele zu Seele, von wahrer Essenz zu wahrer Essenz. Musik sagt die Worte aus dieser Energie heraus. Verzeih mir. Fühlt die Bedeutung der Worte, die ihr sprecht. Verzeih mir. Verzeih mir. In einem tiefen Atemzug und mit dem Ausatmen lasst los. Sprech die nächsten Worte. Es tut mir leid. Sprech die Bedeutung der Worte, die ihr gesagt habt. Spürt den Heil der Energie. Und mit eurer Einatmung in den nächsten Ausatmen lasst ihr los. Und sprech die nächsten Worte. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Fühlt. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Spürt die Bedeutung und die Kraft dieser Worte. Atmet ein. Und mit dem nächsten Atemzug. Und mit dem nächsten Atemzug lasst los. Und mit dem nächsten Atemzug lasst los. mit dem Ausatmen. Wenn ihr möchtet, umarmt die Seele, die Energie, wie fühlt sie sich jetzt an, was hat sich verändert, fühlt die Liebe zwischen euch, die Liebe, die immer da war, die immer da sein wird und euch immer verbinden wird und langsam, ganz langsam, wenn du soweit bist, löse die Umarmung, bring dein Bewusstsein wieder zurück ins Hier und Jetzt, in deinen Körper, in deine Umgebung, höre wieder, was um dich herum passiert, höre die Geräusche, fühle den Ort, an dem du sitzt, fühle den Platz, an dem du bist, fühle deinen Körper, deinen Atem, deine Zehen, deine Finger und bewege diese langsam, öffne deine Augen, wir kommen zurück, das Ritual kannst du immer wiederholen, aber lass dir bitte zwischen verschiedenen Personen eine gewisse Zeit, warte ein paar Stunden oder ein paar Tage, bis du die nächste Person heilen, die nächste Verbindung zur nächsten Person heilen möchtest, bis du die nächste Begegnung startest, dieses Ritual ist kraftvoll, ist stark, gib dir die Zeit, die du brauchst, um auch Emotionen, die jetzt hochkommen oder in den nächsten Stunden und Tagen hochkommen, nochmal zu fühlen, sei geduldig mit dir, gib dir die Ruhe, die du brauchst und die Zeit, die du brauchst, um jetzt zu heilen und lass los. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, ein gesegnetes Leben, eine gesegnete Zeit und wunderbare Begegnungen mit Seelengeschwistern und wenn dir die Meditation gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr mir ein bisschen Liebe dalasst, ein Kommentar, ein Like, wenn ihr meinen Kanal abonnieren möchtet oder vielleicht sogar das Video teilen möchtet, bin ich euch unglaublich dankbar, weil ihr helft mir damit natürlich auch mehr Menschen zu erreichen. Bye, bye.